Hey Mann, wir müssen mal über Mut reden. Zum Beispiel den Mut, eine Frau auf der Straße anzusprechen. Wie Mut funktioniert, wie du den entwickeln kannst für dich, egal wo du heute stehst, das zeige ich dir in diesem Video. Hey, mein Name ist Sven von Männlichkeitsstärken und mich hat die E-Mail von dem Sebastian erreicht, der beschrieben hat, wie sein Kumpel trotz Corona, die E-Mails vom 4.5., auf der Straße eine Frau angesprochen hat und ihre Telefonnummer bekommen hat und jetzt schreiben die beiden wild hin und her und wollen sich, sobald das alles vorbei ist, endlich auf ein Date treffen. Und der macht das, also sein Bekannter, sein Kumpel, macht das ständig. Und der Sebastian ist mal irgendwie daneben und sieht das und merkt so, okay, das ist möglich, es ist total möglich, das zu tun. Aber er kann es irgendwie nicht. Ja, er schreibt auch in seiner Frage, schreibt er, wie spreche ich eine Frau an, wenn ich am ganzen Körper Angst spüre? Also wenn er total paralysiert ist und so, oh, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Wie du das machst, also das Erste ist die Grundlage. Du musst wissen, worauf der Mut, den brauchst du nämlich dafür, aufgebaut ist. Und du musst dieses Paradox zwischen Angst und Mut verstehen und dann auf die richtige Art und Weise deinen Mut trainieren. Nehmen wir es mal so in dieser Reihenfolge. Das Paradox von Mut und Angst. Viele Menschen glauben ja, und dem bist du wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, auf den Leim gegangen, dass du dann endlich ins Handeln kommst, wenn du keine Angst mehr hast. Dass du dann endlich es schaffst, die Frau anzusprechen, wenn du keine Angst mehr hast. Aber das ist nicht Mut. Mut ist nicht, keine Angst zu haben. Mut ist, wenn du mit ihr springst. Das bedeutet also, dass es nicht darum geht, eine Frau anzusprechen oder irgendetwas zu tun, vor dem du Angst hast, wenn das Gefühl endlich mal weg ist, sondern dass du in die Lage versetzt wirst, zu handeln, obwohl du zur gleichen Zeit Angst fühlst. Und das ist das Paradox, was du als erstes verstehen musst. Du wirst niemals ohne, also sei denn, du machst es tausende oder zigtausende Male, aber dann ist auch schon eine abgedrehte Nummer, du wirst niemals keine Angst fühlen, wenn du dich selbst verletzlich machst und einer Frau zeigst, so hey, ich finde dich attraktiv übrigens. Du wirst immer diese Unsicherheit spülen. Die Frage ist, wie stark oder wie schwach ist sie? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Mut ist nichts, was der eine Mensch hat oder der andere nicht. Mut ist nichts, was ein Bekanter, ein Kumpel hat, und du bist nur mal das arme Würstchen, was nichts kann. Das stimmt so einfach nicht. Mut ist etwas, was trainiert werden kann. Und auf dieses Training gehe ich mal ein bisschen genauer ein. Das Erste, was du verstehen musst, das Erste von den 8 Punkten ist, dass sein Mutmuskel zu trainieren eine anstrengende Sache ist. Du kannst dir das nehmen wie beim Kraftsport. Du gehst ins Fitnessstudio, schiebst Gewichte oder nimmst Handeln. Und du glaubst doch nicht, dass wenn du so Gewichte stemmst oder Handeln benutzt, dass das nicht anstrengend sein wird, das wird, das ist ganz schön, oh Gott, ja, weil wenn du die Handeln, wenn du also dein Training so schwach machen würdest, dass du einfach nur so machen würdest, Bizeps, Bizeps, dann würde da nichts passieren. Dann würde sich dein Mutmuskel auch nicht trainieren. Du kannst also schon mal davon ausgehen und dich darauf einstellen, dass das eine anstrengende Sache ist, aber eine Anstrengung, die sich lohnt. Und dass du davon auch, das ist der zweite Punkt, eine Art von Muskelkater bekommen wirst. Ja, da musst du dich nicht wundern, wenn du Komfortzonen-Trainings auf der Straße machst, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein, dass du danach fix und alle bist, dass du währenddessen, es ist super anstrengend, das ist vollkommen normal, es ist super anstrengend, und dass du danach echt alle bist. Und wenn du glaubst, dass die Frauen das nicht wert sind, dass du das sagst, boah, das ist doch alles viel zu anstrengend, dann gehst du aber auch auf eine gewisse Art in der Selbstsabotage auf den Leim, über die ich vor zwei Wochen mal gesprochen habe. Guck dir dieses Video am besten an, da habe ich diese Metapher von, hey, wie willst du nach Neuseeland kommen? Wirst du ein Flugzeug nehmen oder wirst du es dir kompliziert machen? Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich selbst sabotierst, ist ziemlich hoch. Lass mich auf einen dritten Aspekt drauf eingehen. Wenn du in eine Art Training hineingehst, und ich beschreibe das gleich nochmal ein bisschen genauer, wenn du in das Training hineingehst, deine Komfortzone zu erweitern, dann wirst du gewisse Plateauphasen erleben. Ich habe zum Beispiel als allererstes Training auf der Straße, das ist bestimmt schon, boah, fünf Jahre her, als ich das gemacht habe, fünf, sechs, sieben Jahre locker her, als ich mich da mal durchgekämpft habe, habe ich unbeschreiblich viele Menschen auf der Straße angesprochen und habe sie nach der Uhrzeit gefragt. Und ich kam auch über diese Phase, ich hatte so eine Kontaktangst vor anderen Menschen, dass ich darüber gar nicht hinauskam so einfach. Einen Menschen nach der Uhrzeit zu fragen, hey, können Sie mir kurz sagen, wie spät das ist, ging noch. Weil dann hat er kurz gesagt, es ist 12.30 Uhr oder was auch immer, und ich konnte mich schnell verpissen, weil mehr konnte ich damals nicht aushalten. Irgendwann nach einer langen, langen Plateauphase habe ich es dann geschafft, Komplimente zu machen, habe ich es dann geschafft, längere Gespräche zu machen, zu Anfang nur fünf Minuten, später 15, später habe ich Menschen mit stundenlang Gespräch gehabt, die ich gerade erst frisch kennengelernt habe. Aber das hat sich Stück für Stück ergeben und es gab zwischendurch immer mal wieder Plateauphasen, wo ich gedacht habe, so, hey, sag mal, passiert hier irgendwas? Und das passiert ja auch beim Muskeltraining. Du wirst, wenn du Muskeltrainierst, du siehst, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel dafür, wirst du immer wieder Plateauphasen haben. Das Spannende dabei ist, dass halt die Art und Weise, wie du am Ende aussehen wirst, durch Krafttraining, das entscheidet, wie lange du trainierst. Also wenn du zwei-, dreimal ins Fitnessstudio gehst und dann darüber sauer bist, dass du keine riesigen Muskeln hast, also wenn du jetzt zwei-, dreimal draußen auf der Straße unterwegs warst und über deine Angst hinübergeschritten bist, halt mit Mut eine fremde Person nach der Uhrzeit gefragt hast, einer fremden Person ein Kompliment gegeben hast und dann dir denkst du, hey, jetzt war ich zweimal draußen, warum kann ich jetzt noch nicht immer gleich sofort eine Frau ansprechen, die ich attraktiv finde? Dann ist das überzogen, weil ein Training, dass du einen guten Mutmuskel hast, das braucht seine Zeit. Es braucht einfach seine Zeit, dich dazu zu entwickeln, eine so, ich nenne es mal prekäre Situation, wie eine Frau direkt auf der Straße anzusprechen. Eigentlich ist da nicht sehr viel dabei, aber deswegen habe ich ja darüber, habe ich in einem Selbstreportage-Video darüber gesprochen. Das braucht einfach ein gewisses Training und da draußen gibt es halt genug Männer, die dann sagen so, nee, das ist es mir nicht wert, das will ich nicht, das ist doch blöd, was soll denn der Scheiß, Frauen sollten noch so zu mir kommen und hey, kann ich verstehen, ja, ich kann das auch, ich kann auch den Frust dahinter nachvollziehen und es ändert nichts an der Realität, dass die Blume nicht zur Biene kommt, ja. Weil wenn du als Biene auf deinen Baum sitzt und sagst, die Blume soll jetzt zu mir kommen, die Blume soll jetzt zu mir kommen, das kannst du gerne sein, aber damit bleibst du allein. Der nächste Aspekt ist, dass wenn du trainierst, also wenn du zum Beispiel rausgehst, auf die Straße Frauen anzusprechen, zum Anfang fragst du nach der Uhrzeit, später machst du ein Kompliment, später machst du ein Kompliment und danach verwickelst du sie in ein Gespräch, dann machst du ein Kompliment, verwickelst du sie in ein Gespräch und fragst sie nach der Telefonnummer. Das sind verschiedene Stufen, die du dir vorstellen kannst, wie immer mehr Gewicht, immer mehr Gewicht, immer mehr Gewicht draufzulegen. Und dann bist du irgendwann in der Lage, die Situation zu meistern. Und das ist sehr viel einfacher, wenn du das nicht als Einzelkämpfer machst. Ganz, ganz klare Sache. Leute, die zusammen trainieren gehen, die motivieren sich gegenseitig, die wachsen zusammen über sich hinaus, die geben sich auch mal die Arschtritte, wenn es sein muss, von wegen, hey, du wolltest doch letzte Woche das und das gemacht haben. Hast du es gemacht? Ja oder nein? Und das ist ein essentieller Bestandteil, bald richtig krasse Mutmuskeln zu haben. Das nächste, woran du achten musst, ist natürlich, dass ich war mal im Fitnessstudio, habe trainiert. Die haben ja zur Zeit noch zu. Ich war gerade richtig, das ist eine Seitengeschichte, ich war gerade richtig dabei, war bestimmt so zwei Monate lang richtig gut dabei und jetzt machen wegen Corona die Fitnessstudios zu. Ätzend. Aber da, ich kann mich noch erinnern, mein letztes Training, was ich hatte, da habe ich ein Gerät falsch bedient. Und so ein Trainer kam auf mich zu und meinte, hey, du bedienst das Gerät falsch. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du super frustriert darüber bist, wenn du jetzt sagst, alles klar, ich möchte jetzt meinen Mutmuskel trainieren, ich möchte jetzt über mich hinauswachsen, ich will jetzt raus auf die Straße gehen und ich will loslegen, Frauen ansprechen, einen richtig geilen Mutmuskel entwickeln. Dass wenn du das alleine machst, also ohne Kumpels, die dir dabei helfen, dass du einfach falsch trainierst, dass du den falschen Ausreden auf den Leim gehst, dass du einfach nicht vorankommst, weil du einfach nicht weißt, wie es funktioniert. Und deswegen ist manchmal wirklich ein Trainer ganz gut oder einfach ein Coach, der dir behelfen kann. Gerade, also du jetzt nicht unbedingt, Sebastian, aber gerade, wenn du niemanden hast wie dein Kumpel, der das kann. Und selbst dann, du hast dir eine E-Mail geschrieben, du hast deinen Kumpel ja auch schon gefragt, wie macht er das immer? Und er hat dann gesagt so, was hast du geschrieben? Genau, du musst nur rübergehen und Hallo sagen, der Rest ergibt sich. Und das kommt typisch oder kommt sehr häufig von Männern, die nicht genau wissen, was sie da machen, aber irgendwie trotzdem mutig sind. Die wissen nicht, was die Herausforderung ist, weil das kann man, kann ich auch dazu sagen, es gibt halt Männer, die oder die als Jungen irgendwann mal gelernt haben, von ihren Vätern oder durch ihre Kumpels mutig zu sein. Die fanden mal eine Mädel interessant und dann haben die anderen Jungs auf dem Schulhof oder der Vater, mit dem der Junge darüber gesprochen hat, gesagt so, hey komm, jetzt nimm mal deinen Mut zusammen und geh mal rüber. Und dann ist der Junge irgendwie rüber und so, hey, ich finde dich ganz süß, wirst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht. Und diese Erfahrung hatte ich zum Beispiel früher nie gemacht. Ich hatte zu viel Schiss davor. Ich habe das nicht getan. Ja, und ich musste das durch richtiges Training nachholen. Und der Grund, was ich damit sagen will, der Grund, warum dein Kumpel das kann und du nicht, liegt nicht daran, dass dein Kumpel mutig geboren wurde und du halt nicht, sondern es liegt daran, dass er in seiner, ich nenne es jetzt mal normalen, aber was ist denn heutzutage schon normal? Ich bin super froh über meine Entwicklung, die von diesem Licht her unnormal verlaufen ist. Seine Normalität war es, das in der Schule mit 14 oder 15 vielleicht gelernt zu haben. Vielleicht, weil er einen Vater hatte als Vorbild oder einen großen Bruder, der ihm das gezeigt hat. Aber so viele jungen Väterbeziehungen sind so ruiniert heutzutage, dass es keine Vorbilder mehr gibt und es immer mehr Männer gibt, die keinen Kontakt zu ihrem Mut haben, die keinen Kontakt zu ihrer Aggression haben und die damit keinen Kontakt und keine Fähigkeit dazu haben, eine Frau, die sie attraktiv finden, rüber zu gehen und Hallo zu sagen. Da ist einfach so ein Missstand draußen. Lass uns nicht verlabern, sondern lass uns gleich mal weitermachen. Ich habe jetzt darüber gesprochen, falsch trainieren und richtig trainieren und bin ein bisschen abgeschweift in die Richtung, woher kommt das eigentlich, dass einige von sich aus trainiert sind und andere nicht. Das nächste ist, das habe ich zwischen den Zeilen immer so schön angedeutet, ist, du musst dir die Stärke deines Gewichtes richtig wählen. Da draußen gibt es manchmal Männer, die kommen zu mir und die sagen so, hey, ich habe Angst, eine Frau anzusprechen, ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll und denen sage ich, hey, alles klar, hast du schon mal mit Komplimenten probiert? Und die sagen so, nö, probiere ich mal. Und die gehen raus und sprechen 40 Frauen mit Komplimenten an, kommen wieder und sagen so, hey, ja, war richtig cool, was mache ich jetzt? Ja, die müssen gar nicht diesen Umweg nehmen über erstmal nach der Uhrzeit fragen und es gibt sozusagen Gewicht Stück für Stück raufnehmen, sondern die konnten sofort mit einem etwas größeren Gewicht loslegen. Und das hängt, je nachdem, habe ich gerade gesagt, damit zusammen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, wie sehr du dieses Gefühl, ein Gefühl für Mut entwickelt hast. Es gibt Familien und auch, das ist eine Sache, die ich ganz genau weiß, die ich meinem Sohn beibringen werde, ist, mutig zu sein. Nicht wie die Mütter immer gerne, sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig, sondern da zu sein, aufzubassen und anzuspornen, du kannst das, du schaffst das, das kriegst du hin. Weil wir sind von Natur aus mutige Wesen. Aber wenn dann ängstliche Väter und ängstliche Mütter kommen und da kann dir was passieren, nicht da hochklettern und nicht das machen und nicht das machen, ist ja kein Wunder, dass wir keinen Mut mehr haben in unserer Gesellschaft, in unserer Welt und dass dann, so wie du, Sebastian, du vor dir stehst und so am ganzen Körper Angst hast. Ich kann dir versprechen, die Angst wird gehen. Je mehr du trainierst, je mehr du deinen Mutmuskel trainierst, irgendwann wird dein Muskel so riesig sein, so extrem groß sein, dass du selbst die, in Anführungsstrichen, schwierigsten Situationen meistern kannst. Und du hast sogar noch einen weiteren Vorteil. Ähnlich wie ich und viele, viele andere Männer auch, die das in einer bewussten Art und Weise lernen mussten. Und das ist super, also es ist super easy, ist jetzt falsch gesprochen. Es ist einfach, das zu machen, aber es ist nicht immer leicht. Trainieren ist anstrengend. Aber der Plan ist ziemlich klipp und klar. Wenn du mutig werden wirst, musst du Komfortzonen-Training machen. Punkt, Ende, aus. Da kommt auch ein bisschen innere Arbeit mit dazu, ja, gerade wenn du so mit Angstsystemen zu tun hast, mit Familiensystemen zu tun hast, dann kommt dann auch unterschwellige Angstarbeit mit dazu. Und das hat nichts mit rausgehen auf die Straße und Komfortzonen-Training zu machen. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Das, was du als erstes achten drauf musst, ist so, hey, du musst natürlich die Gewichte anpassen an das, wie gut du schon bist, auch gerade für die anderen. Wenn du, Sebastian, jetzt komplett angsterstarrt bist, fang erst mal an. Es gibt sogar noch eine Stupe von Bevor man die Uhrzeit fragt. Da gehst du einfach durch die Straßen und gibst Menschen, ohne dass sie dich hören, so leise vor dich hin, ein Kompliment. Ah, sie haben ja einen schönen Rock an. Ohne dass sich die andere Person hört. Und damit gewöhnst du dich schon, diesen Fluss aus dir herauskommen zu lassen und einfach zu sagen, was du an anderen Menschen toll findest. Dann kannst du Uhrzeit fragen und das, was ich alles gerade besprochen habe. Und dann kommt die Sache mit dieser unterschwelligen Angst, weil, das muss ich ehrlich sagen, ich habe auf einer gewissen Art und Weise immer gespürt, okay, so Fitnessstudios sind irgendwie komisch. Das sind irgendwie solche komischen Typen mit meiner Muskelprotze. Das sind die ganzen Storys, die ich mir erzählt habe, warum ich nicht ins Fitnessstudio gehe. Und ich habe einfach gemerkt, alles klar, da ist eine unterschwellige Angst in mir da. Das ist dieselbe Angst, die ich hatte damals, als ich mich noch nicht getraut habe, Frauen anzusprechen. Damals war das schon auch so, ja, naja, ich spreche ja keine Frauen an, weil das ist viel zu schwierig, weil das macht man nicht, weil dies, das, weil das, das. Ich habe mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen und diese Ausreden wurden befeuert von meiner inneren Angst, von meiner Sexualität, also zu zeigen, dass ich eine Frau attraktiv finde. Und kein Mensch da draußen läuft rum und sagt so, ja, ich spreche keine Frauen an, weil ich in mir eine tiefe Angst habe, abgelehnt zu werden. Wer das sagen kann, der kennt auch den Weg da raus. Sondern die Menschen halten sich in ihren Systemen selber gefangen. Das ist wie ein goldener Käfig aus einer Mauer voller Angst, also aus Gitterstäben, die richtig mit Angst besetzt sind. Die halten sich da selber gefangen und denken, Frauen ansprechen ist irgendwie schwer. Man kann gar nicht geliebt werden. Frauen mögen so einen Typen wie mich nicht. Und das sind alles Strukturen und Systeme, die sie draußen in die Welt projizieren, um ihr eigenes System, ihre eigenen Glaubenssätze nicht zu gefährden. Das Spannende ist, wenn du diese Menschen an die Hand nimmst und argumentierst und ihnen beweist, dass das, was sie erzählen, der größte Blödsinn der Welt ist und auch mal klar sagst, hey, das ist Blödsinn, was du erzählst, wach endlich auf. Dann bekommen die mit, dass diese gefühlt riesigen Gitterstäbe nichts weiter sind, als so ein paar Schnüren, die sie einreißen können. Und natürlich, manchmal sind auch ein bisschen dickere Strecken, je besser dein Mutmuskel trainiert ist, desto mehr kannst du dieses wegreißen und eine Frau auf der Straße ansprechen. Beachte aber, dass du unterschwellige Systeme wahrscheinlich in dir hast, so ähnlich wie ich früher, wo dein sekundärer Krankheitsgewinn der ist, dass, wenn du eine Frau ansprechen könntest, dass da irgendwie die Motivation höher ist, es nicht zu tun, als es zu tun. Und dass das aber eigentlich nur eine reine Illusion ist. Lass mich mal auf eine Sache darauf eingehen. Ich habe dir jetzt ein paar Sachen erzählt, wie du so ein Training aufbauen kannst. Wir haben einen ganzen Kurs mal darüber gemacht, zum Thema Frauen ansprechen, das auch hier unten drunter verlinkt. Auf den weise ich einfach hin, weil da ist es nochmal sehr strukturiert genau aufgezeichnet. Ich glaube, acht oder zehn Module, die jeweils über 40, 30 Minuten eingehen, wo ich wirklich auf jede Kleinigkeit darauf eingehe, was da wichtig ist zu beachten. Lass mich auf eine Sache nochmal eingehen. Nämlich die Frage deiner Motivation. Warum zur Hölle soll man verdammt nochmal Frauen auf der Straße ansprechen? Das ist doch der größte Blödsinn überhaupt. Du kannst doch Frauen auch für normale Wege kennenlernen. Das könnte man sich so denken. Oder man könnte so cool sein wie ein Kumpel von mir damals. Immer noch ein guter Freund, auch wenn wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das ist nämlich der Tim. Der Tim macht übrigens auch Blogger. Du kannst ja mal eingeben. du-bist-genug.de Cooler Typ, der sehr viel auch über Selbstwert erzählt und sehr gut bloggt und noch Videos dazu macht. Kann ich nur empfehlen. Und er hat mir mal erzählt, hey, du kannst Persönlichkeitsentwicklung machen, so wie es normalerweise macht. Du gehst auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Und er dachte sich halt so, hey, was ist wohl die krasseste Art und Weise, seine Persönlichkeit zu entwickeln? Und er meinte, Frauen auf der Straße ansprechen ist so das Intensivste, was du machen kannst. Du kannst dich jahrelang mit Persönlichkeitsworkshops und auch Männerworkshops, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ablenken und dich nicht deiner Angst zuwenden. Du kannst sagen, ja, ich mache ja die ganze Zeit was. Ich gehe auf Männerseminare oder ich gehe auf Kommunikationsseminare oder ich gehe auf Seminare, wo ich meine Angst vor dem Reden verliere. Aber du stellst dich nie der Angst, eine Frau auf der Straße anzusprechen. Und Tim hat das anders gemacht. Tim hat sich gedacht, hey, das wäre eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Eine Frau auf der Straße anzusprechen, das hat ganz viel mit Mut zu tun. Das hat was damit zu tun, wie kann ich mit Ablehnung umgehen. Das hat was damit zu tun, sich im Leben das zu nehmen, worauf ich Lust habe. Mir ein Leben und zum Beispiel meinen Beziehungspartner nicht danach zu gestalten, oh ja, was wird das Leben wohl jetzt in meinen Einflussbereich hineinspüren, sondern sich zu sagen, ich habe Bock, mein Leben selber zu bestimmen und zwar nach meinen eigenen Werten. Das sind super viele Sachen. Wenn du sagst, hey, ich mache mal ein Jahr lang Frauen ansprechen auf der Straße zu meinem Projekt und ich mache alles, ja. Uhrzeit, Komplimente, Gespräche, Frauen in Gruppen ansprechen, Frauen in Situationen ansprechen, was ich schon gemacht habe und Tim hat noch viel krassere Sachen gemacht. Frauen, die mit dem Fahrrad entgegenkommen, so hey, stopp, 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 warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Er hat total bescheuerte Dinge gemacht und einfach nur gesagt, sorry, wenn ich mich gerade angehalten habe, ich finde dich ultra süß. Und hätte ich diesen Blödsinn nicht gemacht, in Anführungsstrichen, hätte ich niemals ihre Telefonnummer bekommen, und hätte niemals diesen geilen Sex gehabt, diese wunderschöne Beziehung mit dieser Frau. Frauen auf der Straße anzusprechen, ist ein Training für deine Persönlichkeit, die da draußen seinesgleichen sucht. Wenn du das auf die Reihe bekommst, wenn du das lernst, wenn du das wirklich mal für ein Jahr lang zu deinem Projekt machst und jede Woche rausgehst, dann hast du danach viele, viele, viele Probleme nicht mehr, mit denen sich so viele Männer einen abplagen. Diese Nummer, der Tim, der hat sich gar nicht erst gedacht, wir wollen das gar nicht so groß von seinen Zugriffszahlen und von wie viel Geld er damit verdient und alles drum und dran, wie der Martin und ich, sondern der hat sich halt gesagt, hey, ich will ein Business haben, was ich von überall aus der Welt managen kann. Ich will damit Menschen helfen und ansonsten will ich surfen gehen. Ja, Tim ist so ein richtiger Surfer, ein richtig cooler Typ und der hat das durchgezogen. Der hat sich nicht davon treiben lassen, so ich muss jetzt super viel Geld verdienen oder ich muss es meinem Chefrecht machen oder irgendeinem anderen Blödsinn. Nein, der Tim hat gelernt, hey, ich nehme mir im Leben, was ich will. Ich nehme im Leben nicht das, was gerade reingespült kommt. Ja, oder wenn mir jemand einen Job anbietet, dann bin ich super froh, oh, endlich kann mir jemand einen Job anbieten. Oh, ist das toll. Ich habe einen Job. Ja, sondern Tim hat sich gesagt, hey, ich gehe mit Ablehnung um, ich gehe genau damit um, mit meiner inneren Aggression auch zu mir zu nehmen, in Anführungsstriche, ein gutes Angebot machen, was ich will. Und der hat klipp und klar gelernt, mit seiner Angst umzugehen. Der Angst, kein Geld mehr zu haben, der Angst, was ist, wenn niemand seine Produkte kaufen möchte. Der Angst, was ist, wenn eine Krise kommt wie jetzt, bin ich dann voll am Arsch. Der Angst, wenn ich jetzt nicht schnell für meinen Chef irgendwie was fertig mache, dann werde ich ja gefeuert und dann bin ich ja nichts mehr wert. Tim hat sein Selbstwertgefühl klipp und klar durchdrungen. Und das alles an einer Sache. Er macht auch Workshops und alles drum und dran, hat er auch besucht, ohne Frage, der ist ja auch richtig gut. Aber was er auch mal zu mir meinte, war, wenn es etwas gibt in deinem Leben, wo du richtig stark als Mann wachsen kannst, dann ist es dieses Thema, Frauen auf offener Straße anzusprechen. Tim ist auch in Clubs reingegangen, das ist der Wahnsinn. Der hat mir erzählt, so ja, das war dann irgendwann vollkommen normal, dass er in den Club in seine Ecke reingegangen ist, vollkommen alleine, hat dann ein bisschen Party gemacht und nach einer Stunde ist er raus mit dem Mädel und hat Sex gehabt. Das war für ihn irgendwann vollkommen normal, weil er seinen Mutenmuskel gut trainiert hatte. Und das ist ein bisschen das, was du lernen musst, lieber Sebastian. Es ist falsch anzunehmen, dass du nun mal der bist, der keinen Mut hat. Ja? Das ist vollkommen falsch. Mut ist eine Fähigkeit. Eine Frau auf der Straße ansprechen zu können und massenweise eine Telefonnummer zu bekommen, hat nichts damit zu tun, wie dick dein richtiger Bizeps ist oder was dein Job ist oder wie viel Geld du verdienst. Ich kenne Leute, die waren arbeitslos in den krassesten Penner-Klamotten unterwegs und haben mit Frauen auf der Straße über World of Warcraft gesprochen und haben reihenweise Frauen flachgelegt. Das hat damit alles nichts zu tun. Das sind alles so geniale Ausreden, die Leute davon schön in ihrem goldenen Käfig lassen. Aber eine Sache muss ich über Mut noch sagen. Und da vorne ein kleiner Hinweis. Wenn du dieses Video gerade anschaust, du bist jetzt nicht der Sebastian und du willst auch gerne mal eine Antwort auf eine Frage, auf dein Problem haben, dann, hey, unten findest du einen Link, wie du uns eine gute E-Mail formulierst, dass auch deine Anfrage sozusagen beantwortet wird. So, die eine Sache, die ich vermutlich noch sagen muss, ist die, du kannst nur dann mutig sein, wenn du für etwas stehst, wenn du deine eigenen Werte, wenn du dir darüber klar bist, weil, wenn du so ein fluider Best-Friend-Typ bist, der sein Leben fremdorientiert ausrichtet, im Sinne von, oh, wie kann ich das machen, dass andere mich lieb haben, dann ist dein innerer Wert ständig am, so, oh ja, der findet das jetzt toll, also finde ich das auch toll, der findet jetzt Freiheit toll, ja, also finde ich Freiheit auch toll, oh, der nächste Mensch, der findet es toll, so eine Aggression zu stehen, oh, jetzt finde ich auch Aggression, finde ich richtig toll, ja, wenn du so ein fluider Typ bist, dann kannst du nicht mutig sein, dann könntest du vielleicht noch für andere Mutigsein etwas tun, da gibt es auch so viele Leute, die überhaupt kein Gefühl für sich selbst haben und sich irgendwelchen Werteverstellungen von anderen unterwerfen und dann auf einmal übelst mutig sind, aber für sich selber einstehen können sie nicht. Damit du mutig sein kannst, musst dir klar sein, wofür du stehst und wenn du ein Mann bist, ich nehme es jetzt mal an, das hast du nicht reingeschrieben, der irgendwo nur zwischen 18 und 30 Jahren alt ist, dann ist ein Wert, der in dir biologisch angelegt ist, die Lust auf Sex und das ist tatsächlich ein Wert in dir, Sexualität, Lust auf Abenteuer, und mutig heißt, mutig zu sein heißt, dass du dafür einstehst, dass du sagst, ja, ich bin geil, ich habe Bock auf Sex, ich habe Bock auf Sex mit der Frau wahrscheinlich, also gehe ich rüber und sage Hallo, weil mir das wichtig ist. Du bist nicht in der Lage, wenn du diesen Wert in dir irgendwie wegspielst und sagst, nee, nee, ich bin asexuell oder irgendwie sowas und so deine Wertevorstellung auf die Frau auslagerst, bist du nicht in der Lage, eine Frau anzusprechen, natürlich macht das Angst, weil du nicht weißt, wie diese fremde Frau drauf ist, du weißt ja nicht, was ihre Werte sind, sondern mutig zu sein, du brauchst deine Wertevorstellung klar und eine Wertevorstellung, sonst hättest du mir diese E-Mail nicht geschrieben, lieber Sebastian, ist die folgende, du hast Lust auf Sex, du hast Lust, eine Frau kennenzulernen, jetzt fucking steh dazu und geh raus und fang an zu trainieren, damit du endlich genauso weit so bist wie dein Kumpel, der einfach sagen kann, ich hab Bock, eine Frau kennenzulernen heute, also geh ich raus oder du begegnest ja eh schon jeden Tag mindestens einer Frau, die du attraktiv findest, ja, mit der Quote und wenn du gut trainiert bist, also gut dein Mutmuskel trainiert hast, hast du locker, also wenn du sieben Frauen, wenn du richtig gut bist, dahin kann man kommen, meiner Meinung nach, ohne, also wenn man sich ein Jahr lang sagt, hey, dann mach ich ein Training, dann bist du locker in der Lage, zwei Dates die Woche zu haben und aus zwei Dates die Woche kommt locker ein neuer Partner, eine neue Affäre in deinem Leben in der Woche locker, wenn du willst, aber das ist deine Entscheidung, ich kann dir nur sagen, wie du da hinkommst, ich kann dir nur, so wie sagt man das so schön, die Tür öffnen, den Schritt dahin musst du selber machen, also, sei frei, sei geil, sei Mann.